Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Underground 2, das Survival LP mit dem guten Sascha, Moinsen, der Shira, hallo, dem Stevie, hi, und Skrall, hallo, und der Krissi ist natürlich auch mit dabei, oh Gott, ich schlafe mich in meiner Mitte, komm nicht weiter, Shira, Shira, schau mir in die Augen, ich sehe bloß ein Helm, tut mir leid, wie war das? Hey, pass auf hier, Leute, Kohle! Ja, Kohle! YouTube-Money? Nein, richtige Kohle. Jetzt interessiert sich Shira wieder nur noch für Sascha. Was? Alles klar! Was willst du damit andeuten? Führe mal diesen Gedanken fort! Nichts! Ich sehe den Sternenhimmel! Hier ist ganz viel Schnee! Weißt du, siehst du den Sternenhimmel? Ja, weil bei mir zieht gerade so eine Wolke entlang und da sind irgendwelche Sterne! Wir haben es aber auch heute! Jetzt sind alle echt geknackt! Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, diese Aufnahme immer auf dem Montag zu machen. Hira, bleib mal bitte weg hier, okay? Ich bin schon da! Keine Ahnung, Samstag Nacht um 23 Uhr oder sowas! Boah, das ist leider getrunken! Das ist natürlich eine super Idee! Hello darkness, my old friend! Lord! Ah ne, das ist Eis! I've come to talk to you again! Oh Gott! Das Sound of Silence! Ja! Ja! Oh ja! Hört rein! Hört rein! Das ist ein echter Oldie! Sascha ist damit groß geworden! Damals vor 100 Jahren, als Sascha noch jung war! Achso! Okay, somit ist Sascha einfach mal steiner alt! Ja, wie alt hast du denn Sascha? Sascha! 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 Jaaaa! So kommst du mir nicht davon! Und wir werfen euch mit Schnee! Ich farm hier auch grad ganz viel Schnee, also ich werf zurück! Was? Ist hier so viel Schnee?! What the fuck ey! Tatsächlich eine Anmerkung noch! Von Sound of Silence! Das ist das Cover von Disturblest. Das hab ich gemacht. Vor kurzer Zeit. Ja. Das war knapp. Ja, für dich, ich bin das super awesome. Das... Holy shit war das eng. Ich bombe hier unter mir ne Schicht Schnee ab. Und da ist erstmal ein Riss der 40 Blöcke genau unten geht. Und ich steh beinahe auf dem Block den ich abgebaut hab. Sascha, los! Ne, da unten ist nix drin. Da unten ist echt nix drin. Ist mir egal, Riss-Loot-Hand. Ja, dann geh rein da, meinetwegen. Hier die Treppe hoch. Und Sascha nur so tight, 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 tight. Musst du aufpassen, da unten sind diverse Creeper und Zombies. Warte mal, was passiert, wenn ich ihn jetzt runter schlag? Schaffst du nicht. Wo ist er denn? Links. Noch mehr Schnee. Aber da könnt ihr alle eine rein, da hab ich keinen Bock drauf. Warte, hier ist noch ne Höhle. Halko singt. Ich hab ne Höhle. Oh mein Gott, der hat ne Höhle. Out of the dark, the dark, the dark, the dark. Ich hab Kohle. To the light, to the light. Alter, wir haben's aber auch heute. Ich hab Kohle. Das ist heute der Sinn-Part. Ja. Oh, ich hab's gelett. Damit können wir nix anfangen, Shira. Alter, ich, oh shit. Kohle, ganz viel Kohle. Ja, ich hab hier auch grad so mega viel Kohle, nice. Wollen wir nicht zu Beginn hier? Ich hab mir die, die dir's sagt. Into the light, to the light, to the light, to the light. Warte, kann ich den Text nicht. Into the night, to the night, to the night. I get up and rest your feet, to the night. To the night, to the night, to the night, to the night. Warte mal. Echt cooles Lied von Wacko. Warte mal. Jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Oh nein. Äh, Mine meine ich, Mine. Hat noch jemand eine? Ja, ich glaub, ich hab noch eine da. Ja, ich hab noch drei oder vier dabei. Wenn du mich findest, kannst du eine haben. Eine Mine in Anführungszeichen bitte. Warum find ich jetzt so viel Kohle? Was soll denn der Bullshit, ey? Wir haben 20 Folgen, äh, Kohlenot. Und jetzt find ich's im Übermaß. Lol. Ich hab auch gerade noch mal in der richtigen Sprechschule. Ist da? Ja bitte. Wo bist du? Far away, to the mountain, I have to go. Far away, where the ground is covered in stone. Wir hatten jetzt hier die Treppe geflutet. Wer macht so Bullshit schon wieder? Das ist Shira. Dankeschön. Ich hab gar nichts gekommen. Alter, ich hab nichts getan. Aua. Aua. Yesterday, all my troubles seem so far away. Shira, warum glaub ich, dass du doch das Wasser losgelassen hast? Ich hab gar nichts gemacht. Anni, warte mal, Scroll ist hier. Scroll, warum glaub ich, dass du das Wasser losgelassen hast? Hast du ein Wasser denn? Ja, ja. Sascha, beschuldigst du mich? Vielleicht warst du's ja auch selber, Sascha. Ne, ne, ich hab kein Eis abgebaut. Der einzige, der Eis abgebaut hat, war Shira. Ich hab gar nichts gemacht. Shira, tschüss. Shira, tschüss. Warum zum Teufel ist hier so überdimensionen? Ne, das ist Clay auf einmal wieder. Weil Shira dran schollte, ist da. Na, ich brauch auch meinen Spaß. Die Shira, tschüss. Die Shira, tschüss, braucht ihr Spaß. Spaß. Shira, tschüss, braucht ihr Spaß. Hörst du auf mit dem Bullshit. Sie braucht ihr Spaß. Ich rede ganz komisch, aber es passt schon. Die Shira, tschüss, braucht Spaß. Licht. Licht. Kamera. Action. Du hattest schon wieder Bullshit vor, ich weiß es ganz genau. Was? Ja. Du Lappen, Alter. No, hier ist Shira. Hi. Hi. Holzmangel haben wir erstmal nicht, oder? Ich muss jetzt nicht wieder die halbe Mine auseinander bauen. Doch, los, alles benehmen. Du kannst sie ruhig abbauen, wenn du willst. Nein, er muss sie abbauen. Weil du es beschlossen hast jetzt, ne? Scheiße, Mann. Ich will diese komischen Bauten finden. Das ist geil. So richtig dreckig sind gemein, wenn du einfach ein bist. Shira, du hast schon wieder Eis abgebaut. Nein. Shira? Ich hab gar nichts gemacht. Habe ich ganz genau gesehen gerade. Warum flutest du dann die Treppe? Ich, ich. Der hat Melonkerne. Boah, Alter, der hat Melonkerne. Warum hachst du mich jetzt? Aua, warum hachst du mich jetzt? Weil du mich hauen hast. Haut euch nicht gegenseitig. Ich komm gleich rüber da. Alter. 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 Alter, ich swear. Ja geil, jetzt hab ich Schaden und nichts mehr zu essen. Du Lippen, ey. And I swear. And I would walk five hundred miles. Echt? Boah, ist das behindert heute. Nur heute? Guck mal, hier hinten hat sie auch schon geflutet, die Shira. Das war doch vorhin schon. Du Bob, bevor ich die Treppe noch überhaupt hoch gebaut habe. Es gibt ne Wasser, Wasser, Wasser überall. Doch wir haben nichts zu denken. Es gibt ne Wasser, Wasser, Wasser überall. Alter, ey. Okay. Warte, warte. Wir fällt gleich auch noch etwas beknacktes ein. Ich muss kurz überlegen. How much is the fish? Guck mal, wie klein sie. How much is the fish? Ja, sag ich ja trotzdem. Du bist schaffig. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Was wollen wir trinken? Was wollen wir trinken? So ein Durst. Was? Alter, ernsthaft? Ich muss hier loswerden. Hast du da schon gerade nen Komplott? Äh. Nein, ich werf grad hier 10 Sticks Schneebälle weg. Und ich hab noch mehr. Du wirst es ja nicht. Nein, ach komm, ich will die nicht haben. Will mitmachen. Alter, jetzt kommt Shira wieder. Shira ist voll in Trolllaune heute. Was ist da los? Bin ich doch immer. Seit wann. Seit wann bist du nicht mal die liebe kleine Shira-Shish? War ich noch nie. Ja, trägst du eigentlich zuhause auch ein Kopftuch? Was? Alter. Boah, nee, ey. Shira hat sich ausgesperrt. Du kommst ja nicht mehr rein. Was passt du da? Nö. Au. Au. Jetzt bist du weit weg, ich komm nicht mehr ran. Nein, ich haus sie. Warum haust du sie hier? Irgendwann ich's kann. Ja, weil das kann. Sie hat auf den Fußboden geguckt. Ich wollte sie wieder aufmuntern. Ja, indem du mich schlägst oder was? Richtig. Ey, du wusstest nicht so ruhig zu sein. Korrekt. Au. Manche Leute müssen zu ihrem Glück geführt werden. Das ist Saschas Motto. Hörst du auf jetzt? Shira in die Squall, du kleiner Lutscher. Verdammt. Hast dich zu spät geduckt, du Penner. Weil das jetzt schön Shira in die Schuhe schiebt. Haha. Wortwitz. Was? Mau. Nein. Wow. 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 Langsam reicht's auch. Ja. Hey, hier ist Eisen. Jetzt fang ich an mit Wein. In the end, it doesn't even matter. One thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in my... Okay, sorry. Also irgendwie... will das Gras hier nicht, oder? Ich habe eine Truhe... Äh... Eine Truhe gefunden. Genau, eine Höhle. Also ich bin hier gerade sehr, sehr produktiv auf jeden Fall. Ich gemacht es zu den Feldern, dann mache ich... Ich habe einen Riss gefunden. Einen Riss? Den zweiten innerhalb von 10 Minuten. Ich scroll. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Den hat er aber schnell erkundet, glaub mal. Ja. Warum nehme ich mit solchen Leuten auf, ey? Warum nehme ich mit solchen Leuten auf? Folgen-Titel Sascha und sein Riss. Ja. Alter, ihr seid doch alle kernbehindert, ey. Vor allem Stevie. Das hundert sich. Weiß er nicht. Ja, weil du über sowas lachst. Weißt du, Scroll ist auch am Lachen, aber... Scroll ist schon seit Jahren behindert. Das muss man nicht mehr herausstellen. Ich möchte das bitte... Ich möchte das bitte... ...nach kurz verfeinern, ja. Die Folge muss heißen Sascha und sein singender Riss. Also seid ihr meine Riss... Oder was? Ihr habt doch die ganze Zeit gesungen. Ja, darauf will ich nicht antworten. Frischi ist sein singender Riss, Sascha. Das ist nicht gewusst. Ich biete mich dir hier gerade quasi an. Gott! Ich rette dich! Alter, ey. Ich glaube nächste Woche passe ich mal mit der Aufnahme. Das kann ich mir nicht jede Woche geben. Du musst... Das ist eine Lüge. Echt, Mann. Hey, ich bin Meister des Servers. Wenn ich keinen Bock habe, dann findet hier Gornix statt. Gornix? Gornix? Gornix. Hätte ich mal gesagt, deine Mutter ist Meister des Servers. Hallo? Was? Ja, wenn du das Internet abdrehst, hast du Pech. Alter, jetzt geht's fürs Richtigkeit hier. In dem Punkt so hat er irgendwie... Das gilt nur noch für drei, vier Wochen. Dann bin ich ausgezogen und hab mein eigenes Internet. Ja, aber theoretisch stimmt das ja noch im Moment, Sascha, oder? Nee, das ist Blödsinn. Würde allerdings voraussetzen, dass seine Mutter das technische Verständnis hat, das Internet abzustellen. Ja, das ist wiederum die andere Frage. Ach, das ist einfach. Stecker ziehen. Ja, sie würde es ja weiter selber benutzen. Aber sie sagt so, oh, nee, ich würd's nicht nutzen, so Sascha darf's auch nicht nutzen, Punkt. Ja, das ist einfach dann. Wenn ich's nicht nutzen darf, darfst du's auch nicht nutzen. Ach, ja. Also, Leute, wir haben jetzt ganz viel... Wie sind wir jetzt eigentlich vom Beknacken sinkt zu einer Internetdiskussion gekommen? Das wird wohl für immer ein Rätsel bleiben. Es ist und bleibt ein Rätsel. Okay. Alter, ey. Oh, nein! Nein, ich flute meinen Gang! Nein! Okay. Na, Shira, was geht? Ich hab grad einen Huhn gezeugt. Was? Müssen wir jetzt nicht theoretisch die... Das, das My Heart Will Go On sing? Warum? Weil du deinen Gang geflutet hast, ja. Weil du deinen Gang geflutet hast, ja. Aha! Wer hat das Wasser gemacht? Es ist aber schon wieder weg! Always love you! Oh Gott! Wahre Gamer Liebe! Ich kann nicht mehr! Ich kann nur Valley of the Damned! Valley of the Damned! Na, na, na! Warum, Scroll? Was? Warum schätze ich jetzt hier denn, wo ich seit 5 Minuten grabe? Du bist schon ein Lappen, alter! Grabe bei der Sklave! Halt's Maul! Boah! Boah! Ich schau jetzt mal zu, wie Sascha arbeitet. Der kann das schon... Währenddessen esse ich meine Weber, du! Alter, der Typ ist zu nichts zu gebrauchen, ey! Wieso? Ähm... Ähm... Ahhhh... Gott! Leute, jetzt ist auch noch Clay hier über mir. Den Weg soll ich schon wieder nicht... Ich sammle meine ganze Bullshit auf. Machst du gut! Ach, das ist Schnee! Boah, das ist Schnee! Hörst du mal! Auf, ja! Spannendste Folge ever hier schon wieder! Oh, ja! Ach doch, irgendwie schon! Nö! Ich grabe hier schon wieder nur Treppen! Also, Weboli ist schon nicht schlecht! Hier im Norden kennt keiner so was, Scroll! Ja! Ich werde dich mit meinen Samen schlagen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist so mit... Nein... Nein! Ist das dann so Kategorie einsamer sucht einsame zum einsamen? Wow! Alter! Alter! Kanntet ihr den nicht? Nein! Ich dachte gerade, da wäre der Bedrock. Aber hab ich mich verguckt. Was ist heute denn los? Weiß ich auch nicht... was ist alles normal ich glaube es kann doch hier durchlaufen ja guck mal hier ich hab ein schnitzel für dich willst du das haben ja ich hab drei stück ich bin ich sie los freiheit es ist aber auch echt der wahnsinn ich gerade mich seit fünf minuten hoch und finde einfach überhaupt nichts scrollen auf bei dem schatz ja sascha so ist das leben manchmal warum baut ihr denn jetzt die seiten ab da ist man ein harter bergerbein wir wollen dir vielleicht helfen und anderes mal ist man weich und klopft nur eis nein jetzt fluchte ich auch nicht schon wieder kohle ich hab keinen bock kohle mitzunehmen ich nehme kohle mit ich hab mich jetzt boah stell dich auf jeden Fall NÄNN WEEEG Du scrollst immer so fettig Ey das ist wirklich Badrock oder? Nein das sah nur so aus Ey ist das nicht wirklich Badrock? Hat jemand äh äh Fackeln dabei? Warte mal ich hab Fackeln dabei Ne ich hab oh leule meine Mithauspiel W-Wie hab ich dabei? Hier ist ja schon wieder schön Ne das ist kein Badrock Oh jetzt sieht man endlich auch mal wieder was in der Folge her Ganz seit nur schwarz und dann der Großer Eiee scroll! Beste Folge ever Was? Sascha das war doch nur Shira jetzt Was? Was war ich jetzt schon wieder? Ne ich Shira So, nochmal wieder x Lagen, Schnee abgefarmt. Warum zum Zweifel gibt es so viel Schnee auf dieser Merve? Ich verstehe es nicht. Nee, ich mein Schnee. Also, ich glaube, Kohle... Mach den Abgang! Kohle-Probleme haben wir zur nächsten Zeit auch nicht. Ich glaube auch nicht. Das ist gut. Das war eine gute Idee, nochmal nach oben zu gehen. Ja, gell? Fand ich auch. Muss man auch mal loben. Auch eine Mission für den Bancor. Old MacDonald, ja, da, da, da. Hier, 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 ho! An on the farm he had a guy. Hier, 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 ho! An on the farm he has a shoe. Hier, hier, ho! Wo ist der Schüsch-Schüsch hier? In der Schüsch-Schüsch, ja! Ist das behindert? Ein asoziales Kind. Wirklich? Ja! Okay, das ist ein großer Visier. Wo zum Teufel bin ich hier nur gelandet? Warum ist hier eigentlich immer eine Schnee-Clay-Kombo? Für mich. Immer! Damit ich Scroll ärgern kann. Weißt du, wie nervig das ist, wenn in deinen Augen die ganze Zeit irgendwelche weiße Dinge in deinen Kopf liegen? Ich weiß! Ich weiß! Komm schon, hier muss doch jetzt endlich mal was sein! Und hier ist das Schnee-Paradies. Muss es nicht mehr abbauen. Macht Sascha, gell? Sascha, du bist schon bobo, hey! Du arbeitest für die dunkle Seite der Macht. Eigentlich für die weiße Seite der Macht. Für Darth Shira. Darf Shish. Darf Shish. Darf Shish. Darf Shish. Merk schon, Alter. Darf Shilius hat ausgedient. Oh man, ey! Komm schon, wo ist denn hier jetzt? Demi Shira mit dunkler Stimme freundlich. Ich bin... Nein... ...Hard... Oh... So... ...Halt nicht. Also rein theoretisch darf diese Map doch trotzdem nicht die Höhe von 256 Blöcken überschreiten, oder? Das ist doch die Höchste Höhe von Minecraft, oder nicht? Ich dachte, die ist 2 auf 2. Ja, 2000 in der Länge und 2000 in der Breite. Aber in der Höhe ist trotzdem zu 256. Als was? War die nicht als Würfel angepriesen, irgendwie? War sie? War sie nicht. Alter, warum rennst mir denn jedes Mal hier vor die Fresse? Es ist... Oh... Jetzt ist das Werkzeug kaputt. Das Werkzeug der Begierde. Shira, ich tu dir noch mal einen Gefallen hier, ne? Okay. Oh yeah! Alter, ist da viel Schnee hier! Dürbt durch den Schnee! Holy shit! Ey, das nimmt gar kein Ende hier. Wtf. Wtf! Wtf! Oh, da war ein Erdblock zwischen. Ja, ohne Spaß. Toll! Alter, guckt euch das mal an! Ey, wie viele Schnee... Hahaha! Hier liegen mindestens zu hoch? Alter, guckt euch den ganzen Schnee an! You gave it away! This year! To save me from tears! Give it to someone's special! Spash! Spash! Alter, das ist der Fahr... Ey, die Menge an Schnee hier ist absolut abnormal. Ich fahre mit... So, das hat dir jetzt noch 10 weitere Stacks eingebrochen. Ohne Spaß, das ist so viel Schnee, dass meine Diamantschaufel gleich kaputt ist. Aha! Du hast jetzt wirklich für den scheiß Schnee deine schöne Diamantschaufeln benutzt. Alter! Ähm, Frage an die Aufnehmenden, wie lange geht die Folge noch? Ja, wir sind schon 3 Minuten drüber, aber... Ist die letzte Folge das... Alter, das ist der Wahnsinn! Der Schnee nimmt kein Ende. Sascha, ich helfe dir mal ein bisschen, okay? Alter, weg mit dem... Das ist... Oh, meine Schaufel ist kaputt. Ich geh noch einmal zurück in die Base und dann können wir die Folge werden. Ja, ich glaube... Alter, wir hatten hier eine Axt weggeworfen. Ich... Die ist relativ low. Oh, oh... Alter, das ist ein Bild für die Götter hier. Die ganzen Schnee-Bälle! Ah! Wo kommt man denn hier wieder runter? Oh Leute, ich... Oh Leute, alles klar, ich hab den Weg gefunden. Ich muss mal kurz was essen. Ich hab mich so hoffnungslos verlaufen, ich bin denn nie im Leben wieder zurück. Nie im Leben. Ja, schön Krischi, du hast noch ungefähr 2 Minuten und dann darfst du es ja in der Woche weitergehen. Ja, gut. Ob er dann den Weg jemals wieder findet? Ganz ehrlich, ich glaub mit F3 selbst würde ich jetzt noch 20 Minuten brauchen. Ja, aber auch nur weil du glaub ich denke mal nicht die Koordinaten hier von der Base, du weißt. Ne, ich weiß ich auch nicht. Stevie, wenn du Interesse an so viel Schnee wie du noch nie in deinem Leben gesehen hast in Minecraft, dann folge der Treppe bis nach ganz oben. Bis in den Tiefhühler. Oh, der Weg hat doch was. So, ne? Hier habt ihr da, habt ihr da. Ich wusste hier übrigens, ähm, nicht wundern bei den Tieren, die Idee die ich hatte ging nicht anders. Es ging, weil auf einmal hatten wir hier keine Hühner mehr drin. Die sind schon mal die Einzigen, die bei dem Weg hier durch können. Ups. Ja, alles gut. Okay, die Tiere nehmen Schaden durch die Schneewelle. Ja, tun so. Früher war das bei, ähm, Jetzt rollen sie jetzt rum mit den Schneebellen, ey. FIRE, FIRE, FIRE! Ja, wir müssen ja ein bisschen Spaß haben hier unten in der Höhle. Ja. Jetzt muss ich mir merken, nächstes Mal baue ich die Treppe da wieder weiter hoch. Sascha, weißt du was jetzt kommt? Na. Ja. Ja. Va kampia. Na. Na 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 na. No. Na 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 na. We'll leave it together But still it's farewell But maybe we'll come back To earth Who can tell I guess there is no one to blame We're leaving For I think things will never Be the same again It's a final So Krish Jetzt weist in deines Abtes Die Folge ist 27 Minuten lang Kann man den Leuten echt nicht antun Ich möchte aber bitte Dass ihr nur die Melodie summt Während ich die Aperation mache Okay aber gar nicht auf die Halt Von Kanto Style Okay Liebe Leute Vielen Dank dass ihr eingeschaltet habt Zu einer ganz bekloppten Folge Minecraft Underground 2 Und denke mir zu einem geilen Ende Könnt ihr mir wahrscheinlich Werde auch nächstes Mal wieder einfallen Ja Bitte schaut euch wieder Und dafür die anderen Packen natürlich Ich meine die Gesangstalente Und dann Liebe Leute Haut rein bis zu diesem Folge Tschüss Tschüss Tschüss